die leute um die Säge von Zahir damit eine neue Folge mit Anerkennung 2 sieben auch weiter der Karriere und letzten hat unser Spiel nicht gehandelt tut mir leid aber ja also heute wird wahrscheinlich viel viel besser sein und ja Ja, dann geht es auch los. Hey Mann! Gutes Rennen! Aber weißt du? Gewinnen ist echt nicht alles. Den Gegnern Grund und Boden zu fahren ist angesagt. Und... Also... Welche er platzen grad irgendein Quatsch, wenn ich nicht zuhöre? Und... 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 Weil bei meiner Testanzuhr, bei meiner Steuerung, Einstellung ist auf M, dass die, ähm, ein... das Navi-Avitation... Und wenn ihr zum Beispiel auf diesen Rundkurs geht, äh, Sprint ist das, glaube ich, über das Aktivieren, das kann ich gleich kommen. Und... Wow! Das ist so, wie ich hab's, auf M und dann hat's halt auch. Und ja... Wir werden die Cover auch noch nicht aufnutzen. Wir werden die Cover auch noch nicht aufnutzen. Dann haben wir halt... Beziehungsweise Farbe gezahlt. Und... Ja... Wir werden heute zwei über eine rennen lassen. Aber... Ich schätze eher eins... Zwei... Wir werden heute vor über zwei... So... 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 Dies ist gross... Zwei nichts für mich reservations sind, will ich mich aber egal sind... Was trotzdem? Ehm... Ja... Guck mal... Das versteckt mich immer... chill! Du... Man sieht der Windschatten klingt ganz wenig. Der Windschatten klingt ganz wenig. Wir sind schon auf dem 2. Platz, für den 1. Platz haben wir immer ordentlich. Wir sind bereit für uns jetzt. Ich mache keinen Fehler. Ich kann schon lange schreiben. Ich halte noch ein, aber ich unterscheide von meinem Partner. Hier ist eine kleine Abkürzung. Wir sind jetzt in der Auffassung schlecht. Aber wenn ihr aus der Abkürzung rauskommt, müsst ihr ordentlich bleiben oder so, wenn ihr euch mal sehen könnt. Eigentlich lohnt sie sich. Lohnt es für ein wenig. Hauptsache da haben wir uns hinter uns. Demnächst werden wir auch wieder ein Special Video machen. Das heißt, wieder mir Wagen vorstellen und alles drin und dran. Im Planen haben wir noch etwas ganz anderes. Aber das verraten wir euch immer nicht. so ist es nicht fertig. Ja. Schönen Tag 51. wenn ihr das Spiel habt. Wenn ihr das Spiel habt, würde ich euch sagen, immer einen Wagen nehmen, der mehr Hellsling hat, als Beschleunigung. und so. In diesem Spiel ist Handling besonders wichtig. Wenn ich gerade so oder so mal oder so wie ich gerade gerade habe, braucht ihr ganz besonders Handling. bei der Spätesten Stufe also beim letzten Renn halt. Ich rate immer eine Karre, die gut Bestellung im Handling hat. Und das Stück bei den Endleucht und soweit sind. Ja. Jetzt sind auch gleich speziell. Oh, das finde ich hier. Ich werde jetzt noch Film verlieren. Oh. Oh. Das ist ja gerade wirklich zu knapp. Die Zeitlich die Manifest und Schara wirklich noch. Oh. 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 und um guck schon weiter fleißig Videos und ich sag erst mal schau